Das war eben gefährlich. Der Wagen, der da steht von Go, der sprang nicht an. Der Wagen blieb stehen und sprang nicht mehr an. Das steht auf der rechten Fahrspur. Extrem gefährlich. Zum Glück bin ich gerade gekommen und konnte das Auto dann absichern mit Blinkleuchten, sodass da keiner hinten drauf fährt. Also manchmal ist das wirklich so, man kommt sozusagen in der Sekunde, bevor etwas passiert, man hat das schon so im Gefühl und denkt halt, oh, schnell, schnell. So, zum Glück ist der Wagen jetzt wieder angesprungen und er konnte wegfahren. Gefahr beseitigt.